Hallo, Fotoklips Tom und Lichtblick Fotoart sind heute im Hohen Fenn und genießen mal ihren freien Tag. Und jetzt machen wir mal voran, weil es ist arschkalt. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Tja, so ist das Leben. Okay, wir nehmen euch heute mal mit und zeigen euch nicht nur die schöne Natur, sondern wir wollen auch mal so ein bisschen was zur Fotografie sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. 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 Und immer gut Licht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß.